Willkommen zurück, heute geht es um Zufallszahlen oder anders formuliert um die Frage, wie erzeugt man eigentlich den Zufall? Genauer, kann der Computer Zufall erzeugen und wenn ja, wie tut er das eigentlich? Zufallszahlen kommen zum Beispiel in der Kryptografie vor, bei Simulationen, in der Statistik etwa beim Blutstrap oder bei der Zufallsstichprobe, bei Monte Carlo-Methoden und dergleichen mehr. Auch sind randomisierte Algorithmen in einigen Fällen effizienter als ihre deterministischen Gegenstücke. Wie kommt nun aber der Zufall in den Computer? Dieser Frage möchte ich heute nachgehen und für alle Zuschauer, die über ein Philosophie-Video auf dem Channel gefunden haben, hier geht es heute mehr um Mathematik, weniger um Philosophie, obwohl der Zufall natürlich auch ein wichtiges philosophisches Problem ist. Das möchte ich aber heute ausklammern und es so tun, wie Hans Otto Georgi dies in seinem Einführungsbuch zur Statistik vornimmt, nämlich folgendes vorschlagen. Er schreibt, was ist eigentlich Zufall? Das ist eine philosophische Frage, die noch keineswegs geklärt ist. Ob Gott würfelt oder gerade nicht, wie Albert Einstein apodiktisch feststellte, ob Zufall nur scheinbar ist und auf unserer Unkenntnis beruht oder ob Zufall doch ein in der Natur inhärentes Phänomen ist, darauf hat man noch keine definitiven Antworten. Es gibt aber gute Gründe, die Frage nach dem Zufall an sich auszuklammern. Wir können nie das Universum als Ganzes betrachten, sondern immer nur einen bestimmten, relativ kleinen Ausschnitt. Uns interessiert also immer nur ein ganz konkretes, spezielles Geschehen. Selbst wenn sich dieses Geschehen zum Teil aus den Rahmenbedingungen der vorgebenden Situationen erklären lassen sollte, so wie wir die Augenzahl beim Würfel bereits vorhersehen könnten, wenn wir nur genau genug wüssten, wie der Würfel geworfen wird, selbst dann ist es einfach viel praktischer und einer Beschreibung des Geschehens aus menschlicher Erfahrungsperspektive viel angemessener, wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, es werde vom Zufall gesteuert. Diese Art Zufall umschließt dann beides, sowohl eine möglicherweise naturinherente Indeterminiertheit als auch unsere eventuell prinzipielle Unkenntnis über die genauen Rahmenbedingungen der Situation. Wir bleiben in diesem Video also pragmatisch, ohne dabei die Frage, die wir beiseite legen, gänzlich zu missachten. Dies wird dann Gegenstand eines anderen Videos sein. Nun, bevor wir die ursprüngliche Frage beantworten, erstmal zu folgender Frage. Wer braucht wo eigentlich Zufallszahlen? Zufallszahlen werden bei verschiedenen Methoden in der Statistik benötigt, zum Beispiel bei der Auswahl einer Zufallsstichprobe aus einer Grundgesamtheit. Eine Zufallsstichprobe minimiert hier die Wahrscheinlichkeit einer Verzerrung, die zum Beispiel durch die Selbstdelektion der Teilnehmer, sozialpsychologische Effekte und so weiter entstehen können. Weiterhin wird es in der Statistik verwendet bei Bootstrapping-Verfahren. Die Bezeichnung Bootstrapping geht zurück auf die englische Redewendung, to pull oneself up one's own bootstraps, das heißt auf Deutsch sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Und es spielt darauf an, dass beim Bootstrapping-Verfahren aus einer erhobenen Stichprobe erneut Zufallsstichproben gezogen werden. Im Allgemeinen kommen Zufallszahlen bei Simulationen vor, insbesondere eben bei der Monte-Carlo-Simulation. Monte-Carlo-Verfahren haben allgemein gesprochen ein sehr großes Anwendungsfeld. In der Finanzmathematik zum Beispiel kommt es schnell vor, dass man wie zum Beispiel bei ETFs üblich schnell über 100 Aktien in einem Vektor zusammenfasst und höher dimensionale Integrale approximieren muss. Im Allgemeinen spielt die Monte-Carlo-Integration eine übergeordnete Rolle. Hier helfen dann die Zufallszahlen. Ich werde auf diese Idee noch genauer eingehen, aber vorher noch eine weitere Anwendung. Beim Path-Tracing, das gelegentlich auch Monte-Carlo-Ray-Tracing bezeichnet wird, wird eine 3D-Szene gerendert, in dem nach dem Zufallsprinzip Stichproben möglicher Lichtpfade verfolgt werden. Die wiederholte Abtastung eines beliebigen Pixels führt dann schließlich dazu, dass der Durchschnitt der Abtastwerte zur korrekten Lösung der Rendering-Gleichung konvergiert, was es zu einer der physikalisch genauesten 3D-Graphic-Rendering-Methoden macht, die es gibt. Dazu gibt es ein hervorragendes Video auf YouTube. Ich habe das euch mal in den Kommentaren verlinkt. Da sieht man das ganz schön an einer Animation. In der Physik kommt man auch schnell auf die besagten höher dimensionalen Integrale. Hier helfen dann auch die Monte-Carlo-Methoden, um das Integral zu approximieren. So helfen zum Beispiel Quanten-Monte-Carlo-Methoden beim Lösen des Vielkörperproblems für Quantensysteme. Ein weiteres Anwendungsfeld ist, wie auch schon erwähnt, die Kryptografie. Zufallszahlen werden hier zum Beispiel in der Kryptologie benötigt, wie zum Beispiel bei der Schlüsselgenerierung oder kryptografisch sicheren Zufallszahlengeneratoren. Und natürlich vieles mehr, viel zu viel, als dass ich das hier alles auflisten könnte. Auf eine Idee werde ich hier etwas genauer eingehen, nämlich die naive Monte-Carlo-Integration. Man erzeugt hier mit einem Zufallszahlengenerator. Wir werden dann später sehen, wie genau das funktioniert. Gleich verteilte Zufallszahlen auf dem Intervall zum Beispiel 0,1. Die habe ich jetzt mal in rot auf der x-Achse dargestellt. Das sind unsere Zufallszahlen und wertet dann die Funktion an diesen betreffenden Stellen aus und mittelt die Funktionswerte durch die Anzahl, erhält dann in diesem Fall hier die schwarze Horizontale und berechnet nun dieses Rechteck als Näherung. Es ist an dieser Stelle noch überhaupt nicht klar, warum dieses Verfahren gegen den wahren Wert konvergieren sollte und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Das ist aber ein bisschen technisch und damit auch nicht Thema dieses Videos. Bekannt ist auch das Bild oben rechts, die Approximation von Pi mittels Monte-Carlo-Methoden, früher noch auch durch das Buffonsche Nadelexperiment, das man auch als Monte-Carlo-Verfahren konzeptualisieren kann. Bei dem oberen Beispiel wählt man sich einen Quadrat mit Kantenlänge 1, in das dann ein Viertelkreis eingeschrieben ist. Anschließend erzeugt man Zufallspunkte, die in diesem Quadrat liegen und teilt die Anzahl derjenigen Punkte, die im Viertelkreis liegen, durch alle Punkte, die man überhaupt erzeugt hat und erhält so eine immer besser werdende Approximation für Pi Viertel, also die Fläche von diesem Viertelkreis. Soviel erstmal dazu, gehen wir nun zur Frage über, wie man Zufallszahlen generieren kann. Als ersten Ansatz könnte man vielleicht sagen, ich erzeuge sie einfach selbst. Also man rät wild irgendwelche Zahlen, meint dabei kein Muster zu erzeugen und sieht die Zahlen, die man nennt, als willkürlich und darum zufällig an. Diese Hoffnung wird aber durch die meisten Studien erschüttert. Diese Studien stellen nämlich fest, dass menschliche Probanden einen gewissen Grad an Nichtzufälligkeit aufweisen, wenn sie beabsichtigen, eine zufällige Folge von zum Beispiel Ziffern oder Buchstaben zu erzeugen. Ich habe ein ganzes Video zur Wahrscheinlichkeitsblindheit gemacht, also den Verzerrungen, die der Mensch an das Konzept von Zufall und Wahrscheinlichkeit heranträgt. Eines der Beispiele aus dem Video werde ich hier wieder aufgreifen, die Clustering-Illusion. Nehmen wir einen normalen sechsseitigen Würfel mit vier grünen und zwei roten Seiten. Der Würfel wird 20 mal geworfen und die Reihenfolge der grünen und roten Seiten wird aufgezeichnet. Man wird dann anschließend gebeten, eine Folge der untenstehenden auszuwählen und gewinnt, wenn die gewählte Folge bei aufeinanderfolgenden Würfen erscheint. Wir haben also diese drei Folgen zur Auswahl und als Ergebnis dieser Studie kam heraus, dass 65 Prozent der Teilnehmer die zweite Folge wählten, obwohl Option 1 darin enthalten ist und kürzer als die anderen Optionen. Sie ist also wahrscheinlichkeitstheoretisch auf keinen Fall wahrscheinlicher, also die Option 2. Als Erklärung für diese Fehleinschätzung wird die Repräsentativitätsheuristik herangezogen. Man hält die zweite Sequenz repräsentativ für eine Zufallssequenz. Gut, also halten wir fest, Menschen sind allgemein gesprochen ungeeignet, um Zufallszahlen zu erzeugen. In der Philosophie wurde dies im Übrigen von Verteidigern des Determinismus als ein Argument dafür herangezogen, dass der Mensch keinen freien Willen besäße, da er ein Vorhaben, nämlich eine zufällige Folge zu erzeugen, nicht handlungswirksam machen könne. Diese Frage aber mal beiseite, worin wir uns sicher sein können, ist folgendes. Computer sind deterministisch. Sie führen ihre Operationen nach einem klar definierten Muster aus. Anders sieht es, je nachdem, wie man zum Determinismus steht, mit Naturphänomenen aus. Man unterscheidet gemäß diese Einteilung in drei Arten von Zufallszahlen. Pseudo-Zufallszahlen, echte Zufallszahlen und hybride Zufallszahlen. Bei hybriden Zufallszahlen hat man eine Kombination aus deterministischem und physikalischem Zufallszahlengenerator. Die Webseite random.org behauptet zum Beispiel, echte Zufallszahlen zu erzeugen und sich dafür Atmosphärenrauschend zu bedienen. Wir werden mit den physikalischen Zufallszahlengeneratoren beginnen. Synonyme dafür sind echter Zufallszahlengenerator, Hardware-Zufallszahlengenerator und nicht-deterministischer Generator. Wie erwähnt, da der Computer deterministisch arbeitet, kann er nur Pseudo-Zufallszahlen erzeugen, also Zufallszahlen folgen, die den Anschein der Zufälligkeit erwecken, es aber strikte Diktung nicht sein können. Die Idee um diesen Zustand herum ist nun, dass wir echten Zufall mit physikalischen Phänomenen dennoch erzeugen können. Darunter zählen folgende Phänomene und Gegenstände, denen man sich bedienen kann. Einerseits natürlich Haushaltszufallsgeräte, also Würfel, Münzen, Roulette und so weiter. Rauschen elektronischer Bauelemente, hier zum Beispiel Impulsschwankungen elektronischer Schaltungen, thermisches Rauschen eines Widerstandes, Spannungsschwankungen an der Z-Diode, Lawinenrauschen an einer PN-Diode, CCD-Sensorrauschen, Funkrauschen und so weiter. Man spricht insgesamt von sogenannten Rauschgeneratoren. Dann gibt es noch das Atmosphärenrauschen, was ich gerade schon genannt hatte. Man kann auch radioaktive Zerfallsprozesse nehmen. Ein Geigerzähler kann zum Beispiel die Anzahl der radioaktiven Zerfälle in einer bestimmten Zeitspanne messen. So ein radioaktives Nuklid zerfällt in einer zufälligen Zeit in sein Tochternuklid und das wird dann eben vom Geigerzähler detektiert. Ein Vorteil auch von diesen radioaktiven Zerfallsprozessen ist, dass er mehr oder weniger unabhängig ist von Umgebungsbedingungen. Außerdem kann man noch quantenphysikalische Effekte nutzen. Ein auffallender Hardware-Zufallszahlengenerator ist LavaRand. LavaRand ist ein von Silicon Graphics entwickelter Hardware-Zufallszahlengenerator, der Bilder von dem in einer Lavalampe auf- und abschwebenden Wachs nimmt, um Zufallszahlen aus diesen Bildern zu extrahieren. Neben der zufälligen Auf- und Abbewegung von dem Wachs in der Lavalampe kommt hinzu, dass jedes Mal, wenn man ein Bild mit einer Kamera aufnimmt, es zu Bildrauschen kommt. Das hängt vom Zustand der Luft, dem Umgebungslicht, der Größe des Sensors, der Kamera und so weiter ab, sodass die Zufallszahlen, die man aus diesem Prozess extrahiert, so gut wie unmöglich vorherzusagen sind und echt zufällig sein können, je nachdem, wie man eben zum Determinismus steht. Da die Erzeugung von physikalischen Zufallszahlen früher noch schwerer war, gab es einzelne Anbieter, die Zufallszahlen erzeugten, abdruckten und als Zufallszahlentafeln veröffentlichten. Diese waren dann für den Anwender viel effektiver als die manuelle Auswahl der Zufallsstichproben durch andere Zufallsgeräte wie Würfel, Karten und so weiter. Die RAND-Tabelle verwendete die elektronische Simulation eines an einen Computer angeschlossenen Roulette-Rades, dessen Ergebnisse dann sorgfältig gefiltert und getestet wurden, bevor sie zur Erstellung der Tabelle verwendet wurden. Bücher mit Zufallszahlen wurden früher in der Kryptografie verwendet und eben bei der statistischen Versuchsplanung genutzt. Heute sind diese Zufallszahlenbücher größtenteils von historischem Interesse und kreativen Online-Bewertungen. Ich lasse die mal hier so stehen. Physikalische Zufallszahlengeneratoren haben allerdings auch ihre eigenen Nachteile. Sie gelten als nicht schnell, da eine Unabhängigkeit und Gleichverteilung der erzeugten Zufallszahlen nur durch hinreichend große Abstände bei der Beobachtung der physikalischen Prozesse bzw. Abfangverfahren erreicht werden können. Die Reproduzierbarkeit ist prinzipiell nicht möglich, da die produzierten Zufallszahlen echt zufällig sind. Man fragt sich nun vielleicht, warum sollte Reproduzierbarkeit denn überhaupt wichtig sein? Wir wollten doch Zufall und eine charakteristische Eigenschaft des Zufalls ist es, nicht reproduzierbar zu sein. Das hängt damit zusammen, dass wir den Zufall ja nur nachahmen möchten und mit ihm experimentieren wollen und so Vergleichbarkeit schaffen können. Es ist wie ein kleines Mini-Zufallslabor und Replikation ist in der Wissenschaft sehr wichtig. Ein weiteres Problem von physikalischen Zufallszahlengeneratoren ist das Problem der Alterung. Geiger-Müller-Zählrohre haben zum Beispiel eine Lebensdauer von typischer Weise einer Billionen Pulse und sind zudem abhängig von Temperatur, Magnetfeldern und der Versorgungsspannung. Ein weiteres Problem von physikalischen Zufallszahlengeneratoren ist, dass sie in einigen Anwendungen einfach Overkill sind. Während Kryptographie und bestimmte numerische Algorithmen ein sehr hohes Maß an Zufälligkeit erfordern, benötigen viele andere Operationen nur ein bescheidenes Maß an Unvorhersehbarkeit. Zum Beispiel wenn ich eine Webseite programmiere, die ein zufälliges Zitat anzeigen soll. Da brauche ich keinen echten physikalischen Zufall für. Gehen wir also über zu Pseudo-Zufallszahlengeneratoren. Und da wir hier den Zufall gewissermaßen mehr kontrollieren können, können wir auch eine Reihe wünschenswerter Eigenschaften formulieren, die für diese Generatoren erfüllt sein sollten. Diese Liste ist angelehnt an das hervorragende Handbook of Monte Carlo Methods. Das ultimative Ziel ist, dass der Zufallszahlengenerator eine Folge gleichverteilter Zufallszahlen nachahmt. Der Computer kann wie gesagt keinen echten Zufall hervorbringen, der dann aber von einer echten gleichverteilten Folge nicht wirklich zu unterscheiden ist. Obwohl dieses Kriterium aus theoretischer Sicht zu ungenau und sogar undurchführbar ist, bedeutet dies aus praktischer Sicht, dass der Generator eine Reihe einfacher statistischer Tests auf Zufälligkeit bestehen sollte, die darauf abzielen, Abweichungen von der Gleichverteilung und Unabhängigkeit zu erkennen. Ein guter Generator sollte weiterhin auf soliden mathematischen Prinzipien beruhen, die eine strenge Analyse der wesentlichen Eigenschaften des Generators ermöglichen. Eine wichtige Eigenschaft, die ich auch schon angesprochen hatte, ist, dass die Folge von Zufallszahlen reproduzierbar ist, ohne dass die gesamte Folge im Speicher abgelegt werden muss. Dies ist für Tests und Techniken zur Varianzreduktion zum Beispiel unerlässlich. Physikalische Generierungsmethoden können nicht wiederholt werden. Eine weitere Eigenschaft, die wünschenswert ist, dass die Zufallszahlen schnell und effizient erzeugt werden und wenig Speicherplatz im Computer benötigen. Viele Monte-Carlo-Verfahren etwa, zur Optimierung und zur Schätzung, erfordern Milliarden oder mehr Zufallszahlen. Eine weitere wünschenswerte Eigenschaft ist, dass die Periode eines Zufallszahlengenerators extrem groß sein sollte, in der Größenordnung von 10 hoch 50, um Probleme mit Doppelungen und Abhängigkeiten zu vermeiden. Ich sollte an dieser Stelle bemerken, dass die Pseudo-Zufallszahlengeneratoren, die wir betrachten, alle eine maximale Periodenlänge haben. Ist diese erreicht, wiederholen sich die Zahlen. Das ist unausweichlich. Eine weitere Eigenschaft, die wünschenswert ist, ist, dass wir mehrere Folgen erzeugen können. In vielen Anwendungen ist es notwendig, mehrere unabhängige Zufallsfolgen parallel laufen zu lassen. Ein guter Zufallszahlengenerator sollte daher problemlos unabhängige Zufallszahlenfolgen verarbeiten können. Eine weitere Eigenschaft ist, dass ein guter Zufallszahlengenerator billig sein sollte und keine teure externe Ausrüstung erfordern sollte. Darüber hinaus sollte er einfach zu installieren, zu implementieren und zu betreiben sein. Im Allgemeinen ist ein solcher Zufallszahlengenerator auch leichter auf verschiedene Computerplattformen und Architekturen übertragbar. Eine letzte wünschenswerte Eigenschaft eines Zufallsgenerators ist, dass sowohl 0 und 1 von der Folge der Zufallszahlen ausgeschlossen sind. Also er sollte keine Nullen oder Einsen erzeugen. Das dient dazu, eine Division durch Null oder andere numerische Komplikationen zu vermeiden. Wie Pierre Lecoyer ausdrückt, ist die Wahl eines guten Zufallszahlengenerators wie die Wahl eines neuen Autos. Für manche Menschen oder Anwendung ist Geschwindigkeit wichtig, während für andere Robustheit und Zuverlässigkeit wichtiger sind. Die Güte eines Zufallszahlengenerators kann durch verschiedene Verfahren geprüft werden. Einer Vorsicht möchte ich hier aber zuvorkommen. Gleiche Häufigkeit reicht nicht aus für ein Maß der Zufälligkeit. Das ist ein Irrtum qua Repräsentativitätsheuristik. Wir haben eben eine falsche Vorstellung davon, was repräsentativ für Zufall ist. Nehmen wir einen Zufallszahlengenerator, der nur Nullen und Einsen erzeugt, zum Beispiel 0, 1, 0, 1, 0, 1 und über so weiter. Der ist nicht zufällig, obwohl 0 und 1 in gleicher Häufigkeit auftreten. Man unterscheidet bei den Güte-Kriterien einerseits in empirische Tests. Hier sammelt man Daten und wendet statistische Inferenz an. Andererseits gibt es theoretische Tests, wie zum Beispiel den Spektraltest. Nun ein kleiner Überblick zu deterministischen Zufallszahlengeneratoren. Eine große Klasse sind die Konkurrenzgeneratoren. Hier hat man zum Beispiel den linearen Konkurrenzgenerator, den inversen Konkurrenzgenerator oder kombinierte Generatoren wie den Richmond-Hill-Generator. Dieser nutzt simultane Konkurrenzen, um mehrere Konkurrenzgeneratoren hintereinander zu schalten oder vielmehr gleichzeitig zu verwenden. Unter den linearen Konkurrenzgeneratoren, die auch als LCGs bezeichnet werden, ist Lehmers LCG der älteste und bekannteste. Ich werde auf ein paar eingehen, auch von denen, die unter sonstige gelistet sind. Vorher aber warnende Worte von John von Neumann, wenn es um deterministische Zufallszahlengeneratoren geht, das heißt Pseudo-Zufallszahlen. We see then that we could build a physical instrument to feed random digits directly into a high-speed computing machine and could have the control call for these numbers as needed. The real objection to this procedure is the practical need for checking computations. If we suspect that a calculation is wrong, almost any reasonable check involves repeating something done before. Anyone who considers arithmetical methods of producing random digits is, of course, in a state of sin. For, as has been pointed out several times, there is no such thing as a random number. John von Neumann, various techniques used in connection with random digits. Kommen wir also zu historisch frühen Beispielen für die Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen. Zunächst ist die Idee naheliegend, transzendente Zahlen wie Pi oder die eulische Zahl zu verwenden, denn die Nachkommastellen sind zufällig, es gibt kein offensichtliches Muster in ihnen. Hier für Pi oder erkennst du hier in den Nachkommastellen irgendein Muster? Kannst du voraussagen, wie es weitergeht? Vermutlich nicht, es gibt kein offensichtliches Muster und es scheint zufällig. Die Idee ist dann, Nachkommastellen von Pi oder anderer transzendenter Zahlen als Zufallszahlensequenz zu betrachten. Problem hieran ist, dass diese Zahlen auf sehr große Stellen nicht effizient berechenbar sind und dass diejenigen, die man schon berechnet hat, ja allen bekannt sind und immer dieselben bleiben. Wir könnten also immer nur dieselben Zahlen verwenden. Ein weiteres Verfahren ist die Middle-Square-Methode von John von Neumann. Die Vorgehensweise ist hier wie folgt. Man wählt zunächst eine vierstellige Zahl, allgemeiner kann man auch eine zweiendstellige Zahl nehmen, quadriert dann diese Zahl und nimmt als nächstes Folgeglied die mittleren vier Ziffern dieser quadrierten Zahl. Am Beispiel versteht man es immer gut, also nehmen wir mal als Seed eine vierstellige Zahl, 7182, dann quadrieren wir diese, erhalten dann diese Zahl, nehmen die mittleren vier dann als das nächste Folgeglied, also ist x1 5811. Dann quadrieren wir diese Zahl wieder, nehmen wieder die mittleren vier und erhalten x2 als 7677 und immer so weiter. Gut, mögliche Probleme bei diesem Verfahren sind natürlich, dass es einen Fixpunkt geben könnte. Beispielsweise würde, wenn irgendeine Zahl auftritt, wo die mittleren vier Ziffern Nullen sind, alle anderen Zahlen auch Null sein, dann hätte man einen Fixpunkt. Es können auch Zyklen auftreten und so weiter. Also wir müssen dieses Verfahren noch hinsichtlich der mathematischen Eigenschaften untersuchen. Ein Beispiel für einen Startwert, der schnell in einen Zyklus gerät, ist 8.411. Da hat man dann als nächstes 2.504, 2.700, 2.900, 4.100, 8.100, 6.100, 2.100 und da ist dann schon der Zyklus, weil das nächste ist dann 4.100 und das geht dann immer so weiter. 8.100, 6.100 und das wiederholt sich dann immer wieder. Also wir treten hier recht schnell in einen Zyklus der Länge 4. Es ist also möglich, dass sehr kurze Periodenlängen auftreten. Dieser Zufallszahlengenerator ist auch noch in anderen Hinsichten problematisch, aber er soll jetzt nur als Beispiel dafür dienen, auf was man achten sollte, nämlich, dass es in einen Zyklus geraten kann oder Fixpunkte auftreten können und soll noch nicht einen der Zufallsgeneratoren, die heute verwendet werden, darstellen. Dieser ist nur noch von historischem Interesse. Kommen wir nun zu den angekündigten linearen Konkurrenzgeneratoren. Der einfachste lineare Konkurrenzgenerator, der auf Lema zurückgeht, ist durch folgende Rekursion gegeben. Die Zahl xn plus 1 berechnet sich aus a mal xn, also dem Vorgänger, plus b modulo m. Dabei heißen n die Zustandswerte, m ist der Modul, der Werte aus 2, 3, 4 und so weiter annimmt und die Faktoren a und b sind Zahlen zwischen 0 und m minus 1, denn gemäß dem Modul wären größere Zahlen unsinnig und b nennt man das Inkrement. Es handelt sich hier streng genommen um eine affinlineare Gleichung auf der rechten Seite, aber aus der Schulmathematik kanonisiert bezeichnet man diese als Gradengleichung, daher der Name linearer Konkurrenzgenerator. Wir müssen uns bei diesem Verfahren auch einen Startwert vorgeben. Gehen wir also einfach mal ein Beispiel durch. Ich wähle jetzt hier mal a gleich 2, b gleich 1, m gleich 7 und als seed 4. So hält man folgende Zufallszahlensequenz. Wir erhalten 2, 5, 4, 2 und dann kommt man schon in einen Zyklus. Also das lief nicht so gut. Wir müssen offenbar aufpassen, wie wir die Parameter wählen. Das ist das ganze Geschäft der linearen Konkurrenzgeneratoren jetzt im folgenden, wie wir a, b, m und den Startwert wählen. Es ist, wie erwähnt, zunächst einmal festzuhalten, dass jeder Zufallsteilengenerator periodisch ist. Das liegt in der Natur der Konkurrenz. Wir müssen uns daher zwei Sachen fragen. Wie können wir die Periode möglichst lang halten und inwieweit ist die Länge der Periode abhängig vom Startwert. Ideal ist der Fall links, bei dem wir unabhängig, wo wir in die Periode mit dem Startwert eindringen, immer die gleich lange Periodenlänge haben. Zu vermeiden ist der rechte Fall, wo wir abhängig vom Startwert zwei verschiedene Periodenlängen haben. Als Fragen tun sich also folgende auf. Unter welchen Bedingungen gilt der gute, das heißt der linke Fall? Wenn wir maximale Periodenlänge erreicht haben, was sind dann gute Wahlen für a und b, so dass wir die größtmögliche Unvorhersehbarkeit haben. Als Beispiel a gleich b gleich 1 ist nicht sinnvoll, dann hat man zum Beispiel mit dem Startwert x0 gleich a die Folge a plus 1, a plus 2, a plus 3 und so weiter und das ist natürlich sehr leicht vorhersagbar. Eine Antwort auf diese Fragen liefert der Satz von Knuth. Dieser sagt folgendes. Lineare Konkurrenzgeneratoren erreichen genau dann maximale Periodenlänge, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind. B und m sind teilerfremd, jeder Primteiler p von m teilt auch a minus 1 und ist m durch 4 teilbar, so auch a minus 1. Ein Beweis für diese Aussage ist in der Beschreibung verlinkt. Der Satz hilft uns, gute a und b zu wählen. Dazu gibt es viele Listen, in denen gute Wahlen aufgezählt werden, ist ebenfalls in der Beschreibung hinterlegt. Die Definition von oben kann man im Übrigen auch erweitern auf sogenannte allgemeine lineare Konkurrenzgeneratoren. Hier hat man eine ganze Linearkombination und geht insgesamt n Schritte in der Rekursion zurück. Schauen wir uns nun den linearen Konkurrenzgenerator mal im Konkreten an. Wählen wir zum Zwecke der Illustration a gleich 75, b gleich 74 und m gleich 2 hoch 16 plus 1. Das ist auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Der Heimcomputer Sinclair ZX81, der ab 1981 verkauft wurde, verwendete diese Zahlen also ein sehr frühes Modell eines Heimcomputers. Das ist natürlich nicht mehr so up-to-date, aber man versteht die Idee an solchen niederschwelligen Beispielen besser. Wählen wir als Startwert einfach mal 412. Ich habe hier mal die ersten 20 Folgeglieder aufgeschrieben. Das sind jetzt natürlich noch keine auf 0,1 gleich verteilte Zufallszahlen, sondern die sind diskret gleich verteilt auf der Menge 0,1 bis 2 hoch 16. Wir müssen nun noch, wenn wir gleich verteilte Zufallszahlen auf 0,1 haben wollen, durch den Modul teilen, um die Zahlen zu normieren. Dadurch entsteht eine Folge von gleich verteilten Zufallszahlen in 0,1. Wir halten, wenn wir das tun, also folgende Zahlen. Hier sind ein paar größere, ein paar mittelgroße und ein paar kleine Zahlen und es sieht so aus, als fände man keine offensichtlichen Muster. Oder kannst du die Realisierung an der 21. Stelle angeben? Was folgt nach x20? Wir können aber nicht nur diskret gleich verteilte Zufallszahlen in stetig gleich verteilte transformieren, sondern auch umgekehrt über folgende Abbildung aus einer Gleichverteilung auf 0,1 eine auf 0,1 bis M-1 diskrete Gleichverteilung erzeugen. Wir nehmen dafür unsere Zufallszahl x, multiplizieren diese wieder mit dem Modul und runden nach unten ab. Das ist unten dargestellt und die untere Gauss-Klammer, die hier in der Transformation verwendet wird, die stellt eben sicher, dass wir eine ganze Zahl erhalten. Eine Eigenschaft, die von der Struktur der Konkurrenz her rührt, ist das Hyperebenenverhalten, beschrieben durch den Satz von Masaglia. Plottet man die Rekursion, so hält man Hyperebenen. Im eindimensionalen Fall, den ich gerade genauer besprochen habe, hält man also geraden und bei allgemein linearen Konkurrenzgeneratoren Hyperebenen. Der Satz von Masaglia besagt für die aus einem linearen Konkurrenzgenerator gewonnenen Pseudo-Zufallszahlen, ich werde wieder durch M geteilt, um wieder Zahlen zwischen 0 und 1 zu erhalten, das hatten wir eben auf der Folie, und man erhält dann folgendes. Bildet man aus der Folge UI die Tupel U0 bis UK-1, U1 bis UK und so weiter, so liegen durch diese K-Tupel bestimmte Punkte im R hoch K auf maximal K-te Wurzel aus M mal K-Fakultät parallelen Hyperebenen. Warum sollte das gelten? Schauen wir uns die Idee im eindimensionalen an. Der lineare Konkurrenzgenerator erzeugt Punkte, die auf einer geraden Y ist A x plus B liegen und beim Überschreiten des Bereichs von 0 bis M minus 1 abgehackt fortgesetzt werden. Das erklärt das Hyperebenenverhalten. Wenn wir hier auf der einen Seite das Quadrat verlassen, werden wir auf einer anderen Seite durch die Konkurrenz fortgesetzt. Der Satz eignet sich also für das Testen linearer Konkurrenzen, da bei einer höheren Anzahl paralleler Hyperebenen eine höhere Qualität der Pseudo-Zufallszahlen angenommen werden kann. Insgesamt ist dieser Satz aber natürlich ein Schlag für die linearen Konkurrenzgeneratoren, weil sie so die Zufälligkeit einbüßen. Der inverse Konkurrenzgenerator kennt ein solches Hyperebenenverhalten nicht und bietet sich daher als Alternative zum linearen Konkurrenzgenerator an. Wir hatten über die Wahl des A und B beim linearen Konkurrenzgenerator gesprochen. Im Handbook of Monte Carlo Methods wird diese Wahl als Minimalstandard für einen linearen Konkurrenzgenerator bezeichnet. Dieser lineare Konkurrenzgenerator besteht viele der statistischen Standardtests und wurde bereits in vielen Anwendungen erfolgreich eingesetzt. Obwohl der Generator gute Eigenschaften hat, entsprechen seine Periode und seine statistischen Eigenschaften nicht mehr den Anforderungen moderner Monte Carlo-Anwendungen. Der sogenannte inverse Konkurrenzgenerator vermeidet, wie eben erwähnt, die durch den Satz von Masaglia bekannten Nachteile des Hyperebenenverhaltens von allgemein linearen Konkurrenzgeneratoren. Die Verbesserung ist aber nicht kostenlos wie bezahlen mit höherem Rechenaufwand. Ein Generator, der noch aus der Klasse der allgemein linearen Konkurrenzgeneratoren bekannt ist, ist der Fibonacci-Generator. Dieser hat auch einige Probleme, die ich hier auf der Folie aufgetragen habe, aber jetzt nicht im Detail diskutieren werde. Einige dieser Probleme werden dann vom sogenannten verzögerten Fibonacci-Generator gedämpft, wenn auch nicht gänzlich behoben. Bekannt und auch verwendungfindend ist der Mezen-Twister. Dieser hat eine sehr hohe Periodenlänge, alle Bits der Ausgabesequenz sind nahezu gleich verteilt und er ist sehr schnell. Wie dieser funktioniert, dazu gibt es schon sehr gute Videos auf YouTube, deswegen möchte ich hier kein weiteres hinzufügen, sondern unsere Erkundung im Bereich der Zufallszahlen fortsetzen. Wie erwähnt, kann man auch kombinierte Generatoren betrachten, zum Beispiel den Richmond Hill-Generator. Hier hat man simultane Konkurrenzen, ich möchte nun aber nicht zu weit abschweifen. So, wir haben also mit dem linearen Konkurrenzgenerator einen von vielen Verfahren kennengelernt, die es erlauben, Zufallszahlen zu erzeugen. Wir möchten nun aber nicht nur gleich verteilte Zufallszahlen, sondern auch Zufallszahlen gemäß anderen Verteilungen generieren. Zum Beispiel ist es bei einer Exponentialverteilung üblich, dass kleinere Werte häufiger auftreten als größere. Die erzeugten Zufallszahlen würden sich also erheblich von den gleich verteilten Zufallszahlen unterscheiden. Die erste Methode, die zu diesem Belang bereitsteht, ist die sogenannte Inversionsmethode. Die Idee geht wie folgt. Erzeuge zunächst auf 0,1 gleich verteilte Zufallszahlen. Diese Zahlen stellen wir auf der y-Achse dar und dann macht man folgendes. Finde die Urbilder der Realisierungen durch die verallgemeinerte Inverse der Verteilungsfunktion f, der Verteilung, zu der wir eben die Zufallszahlen erzeugen wollen. Hier ein paar Bilder, um das zu illustrieren. Ganz links sehen wir die Normalverteilungsdichte und ihre Verteilungsfunktion. Wir erzeugen zunächst links auf der y-Achse gleich verteilte Zufallszahlen und bilden sie dann Vermöge der Inverse der Verteilung auf die x-Achse ab. Daneben das gleiche Spiel mit der Gleichverteilung und ein zweiter daneben mit der Beta-Verteilung. Warum funktioniert das Verfahren? Sind die Urbilder dann wirklich gemäß der Verteilung verteilt? Warum sollte das gelten? Die Antwort ist ja, denn die Verteilungsfunktion, die kodiert ja Informationen der Dichte. Um das exemplarisch an ein paar Beispielen klarzumachen, es ist unwahrscheinlicher, über diese Methode, beim Normalverteilungsbeispiel ganz links, eine Zufallszahl im Bereich 6 bis unendlich zu erhalten, da die Verteilungsfunktion in diesem Bereich eine sehr geringe Krümmung hat. Man bräuchte dafür eine gleich verteilte Zufallszahl im ganz oberen Bereich, irgendwo zwischen 0,95 und 1. Das hat nur 5% Wahrscheinlichkeit, dass da eine gleich verteilte Zufallszahl erzeugt wird. Viel wahrscheinlicher ist es, irgendwo in der Mitte beim Erwartungswert zu landen, da hat man den Bereich von 0,2 bis 0,8, also ca. 60% Wahrscheinlichkeit. Die Steigung der Verteilungsfunktion bei der Gleichverteilung ist überall gleich, sprich jede Realisierung ist gleich wahrscheinlich. Bei der Beta-Verteilung flacht die Verteilungsfunktion immer weiter ab, sodass hier auch Realisierungen außerhalb von 0,8 bis unendlich unwahrscheinlicher sind. Gut, soviel zur Intuition, nun zum theoretischen Hintergrund, warum gilt das alles? Hier brauchen wir zunächst den Satz über die Quantiltransformation. Wenn f eine Verteilungsfunktion ist und u eine auf 0,1 gleich verteilte Zufallsvariable, dann ist f hoch minus 1, also die verallgemeinerte Inverse der Verteilungsfunktion, von u eine Zufallsvariable, die f als Verteilungsfunktion besitzt. Die Inverse der Verteilungsfunktion wird verallgemeinerte Inverse oder Quantilfunktion genannt. Zur Erinnerung, genau das wollen wir. Wir wissen, wie man gleichverteilte Zufallszahlen erzeugt und auch, wie man Funktionen auswertet. Und wenn die Urbilder dann die Verteilung haben, die wir haben wollen, also zum Beispiel normal verteilt, exponential verteilt und so weiter, dann ist unser Ziel erreicht. Zur Definition, wenn x eine Zufallsvariable ist und als Verteilungsfunktion f besitzt und p Werte zwischen 0 und 1 annimmt, dann ist die verallgemeinerte Inverse bzw. Quantilfunktion definiert als das Infimum aller x, sodass f von x gerade so größer ist als p. Die Inverse hat hier den Zusatz verallgemeinert, weil nicht immer eine Inverse existiert. Wenn man sich auf die Verteilungsfunktion von diskreten Verteilungen zurückbesinnt, so wird man feststellen, dass es sich dabei meist um Treppenfunktionen handelt und alle x-Werte auf diesen einzelnen konstanten Abschnitten haben denselben y-Wert und so kann die Funktion nicht bijektiv sein. Also die Verteilungsfunktionen sind oft gar nicht umkehrbar, es kommt zu Sprüngen und dergleichen mehr. Wenn man in eine Sprungstelle gelangt, sieht man am oberen Bild, dass man gemäß dem Infimum, also der verallgemeinerten Inversen-Definition, immer zum nächst kleineren Wert übergeht. Also kurz zum Beweis, der ist ganz kurz. Der erste Punkt, den man sich klar machen muss, ist, dass die Verteilungsfunktion monoton wächst. Das ist klar, die Verteilungsfunktion an der Stelle x ist ja nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner gleich klein x annimmt, also staut sich die Wahrscheinlichkeitsmasse bis zu x auf und je größer x wird, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeitsmasse. Also da haben wir monotones Wachstum. Das bedeutet aber, dass wenn f von x größer gleich p ist, dass dann x größer gleich f hoch minus 1 von p ist, also die Inverse unter Beibehaltung der Ordnung angewendet werden kann. Wählen wir also x als f hoch minus 1 von u und wenden den oberen Zusammenhang an, so erhalten wir p von u kleiner gleich f von x, f von x ist jetzt irgendein Wert, eine reelle Zahl. Da u gleich verteilt ist auf 0,1, ist das nichts anderes als f von x selbst. f von x ist ja irgendeine Zahl zwischen 0 und 1 und die Verteilungsfunktion ist die Fläche bis zu diesem Punkt unten abgebildet. Die Fläche ist hier, weil die Höhe des Rechtecks gleich 1 ist, einfach f von x selbst und das gerade wollen wir nachweisen. Die Verteilungsfunktion von x definiert als f hoch minus 1 von u ist f selbst. Schauen wir uns folgende Beispiele an, die dem Wikipedia-Eintrag zur Inversionsmethode entnommen sind. In einer Porzellanfabrik werden Kaffeekannen hergestellt. Die Henkel und Schnäbel der Kannen werden vor dem Brennen von Hand angeklebt. Erfahrungsgemäß sind 25% der Teile nicht ordnungsgemäß befestigt. Nach dem Brennen werden die Kannen nacheinander geprüft. Ist die Kanne in Ordnung, wird eine 1 vergeben, das ist dann in 75% aller Kannen der Fall. Ist sie zu beanstanden, vergibt der Prüfer eine 2. Das kommt bei 25% aller Kannen vor. Wir wollen nun eine Folge von Kannen simulieren. Definieren wir die obige Vorgabe als Verteilung einer Zufallsvariablen x, die für den Wert 1 0,75 als Wahrscheinlichkeit annimmt, für den Wert 2 0,25 und sonst den Wert 0. Nebenstehend ist die Verteilungsfunktion abgebildet mit dem charakteristischen Treppenmuster, das ich angesprochen hatte. Wir erzeugen nun gleichverteilte Zufallszahlen zwischen 0 und 1, tragen diese auf der y-Achse ab und berechnen ihr Urbild. Hier sieht man noch einmal schön, dass es am wahrscheinlichsten ist, nämlich mit 75% eine intakte Kanne zu erhalten bei der Simulation. Hier eine Tabelle mit erzeugten Werten der Zufallsvariable. In der Spalte A steht die Nummer der Kanne, bei B die gleichverteilte Zufallszahl, die erzeugt wurde und bei C der entsprechende Zustand der Kanne. Das heißt 1 für intakt und 2 für kaputt. Ein stetiges Beispiel kann man wie folgt angeben. Angenommen die Zeit, die zwischen zwei Anfragen an einen bestimmten Wikipedia-Server liegt, ist exponentiell verteilt mit dem Parameter lambda gleich zwei Zugriffe pro Zeiteinheit. Die Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung ist 1 minus e hoch minus lambda x. Diese Funktion ist analytisch umkehrbar, das heißt wir haben hier 1 geteilt durch lambda mal den ln von 1 minus x. Es sollen die Zeiten x simuliert werden, die zwischen zwei Anfragen an den Server liegen. Dafür erzeugt man wieder auf 0,1 verteilte Zufallszahlen, gleich verteilt und berechnet dann mit der Inverse ihr Urbild. Soviel erstmal zur Inversionsmethode. Eine weitere Methode für das Erzeugen von Zufallszahlen beliebiger Verteilung ist die Verwerfungsmethode. Synonyme hierfür sind Acceptance Rejection Verfahren oder Rejection Sampling und die Methode geht auf John von Neumann zurück. Die intuitive Vorgehensweise sieht wie folgt aus. Wir wollen Exponentialverteile Zufallszahlen erzeugen. Dafür zeichnen wir die Dichte-Funktion der Exponentialverteilung mit Edding auf eine Pinnwand aus Cork. Dann werfen wir mit Dartpfeilen, mit verschlossenen Augen, auf die Pinnwand und nehmen idealisierend an, dass so die Würfe gleich verteilt auf dem Brett landen. Dann entfernen wir alle Pfeile, die oberhalb der Kurve liegen und die x-Position der restlichen, also der akzeptierten Pfeile, sind die Exponentialverteilten Zufallszahlen. Die akzeptierten Pfeile verteilen sich gemäß der Exponentialverteilung. Wir erwarten zum Beispiel mehr Pfeile in dem Bereich, wo die Exponentialdichte am höchsten ist und weniger Pfeile in dem Bereich, wo die Verteilung nahe der x-Achse ist. Nun also die Anschlussfrage, wie formalisieren wir dieses intuitive Vorgehen? Das Ausgangsproblem ist folgendes. Wir möchten Zufallszahlen einer Verteilung erzeugen, die Inversionsmethode hilft uns aber nicht weiter, weil die Verteilungsfunktion zum Beispiel nicht analytisch umkehrbar ist, wie das zum Beispiel bei der Normalverteilung der Fall ist, wo wir dann die Fehlerfunktion haben. Die Idee ist nun, dass wir eine Verteilung wählen, eine Schablonenverteilung könnte man sagen, im Englischen spricht man von Proposal Distribution, für die man Zufallszahlen eben erzeugen kann. Die Cork-Pinnwand könnte zum Beispiel eine Gleichverteilung sein, denn für diese wissen wir, wie man Zufallszahlen erzeugt. Wir ziehen nun eine Zufallszahl auf der x-Achse der Schablonenverteilung, von der wir eben leicht die Zufallszahlen erzeugen können, zeichnen an dieser x-Position eine vertikale Linie bis zum y-Wert der Dichte der Schablonenverteilung, bis es sich schneidet. Dann zieht man entlang dieser Linie eine gleich verteilte Zufallszahl zwischen 0 bis zu diesem y-Wert der Wahrscheinlichkeitsdichte Funktion. Ist diese Zufallszahl größer als der Funktionswert der gewünschten Verteilung an dieser vertikalen Linie, wird die x-Achsen-Zufallszahl verworfen und zu Schritt 1 zurückgekehrt. Andernfalls ist der x-Wert eine Stichprobe aus der gewünschten Verteilung. Genau, ich habe das nebenstehend einmal abgebildet. Wir haben also durch die Gleichverteilung einmal diesen schwarzen Punkt auf der x-Achse erzeugt. Das ist eine Zufallszahl, die gleich verteilt ist. Dann ziehen wir die vertikale Linie, bis sie die Schablonenverteilung, also hier die Gleichverteilung, von der wir wissen, wie man Zufallszahlen für sie erzeugt, hat. Und dann auf dieser Linie zieht man eine gleich verteilte Zufallszahl. Zum Beispiel habe ich da einmal diesen grünen Punkt gewählt, der würde dann akzeptiert, weil er eben unterhalb der Exponentialdichte liegt und einmal den roten Punkt, der über der Exponentialdichte liegt und daher abgelehnt wird. Einen theoretischen Begriff, den ich hier einführen muss, ist der der Quasidichte. Eine integrierbare Funktion h mit ch heißt Quasidichte, wobei ch eine Normierungskonstante ist. Qh sei das Wahrscheinlichkeitsmaß auf r hoch d mit Loebec-Dichte h durch ch. Für messbare Mengen a in rd gilt also, dass Qh von a 1 durch die Normierungskonstante ist und dann das Integral über a bezüglich dieser Quasidichte. Wir werden gleich sehen, wofür wir diesen Begriff brauchen. Er schwächt die Definition der Dichte insofern ab, als dass das Integral über die Dichte nicht gleich 1 sein muss. Das Vorgehen sieht formal dann so aus. Gegeben seien zwei Quasidichten h und h tilde auf r hoch d mit der Eigenschaft, dass h tilde kleiner gleich h ist. Und dieses h ist dann die Dichte der Schablonenverteilung, wie ich sie genannt habe. Also für Qh gibt es eine Methode zur Erzeugung von Zufallszahlen. Das könnte die Gleichverteilung sein, wir kennen aber auch eine Methode zur Erzeugung von Exponentialverteilten Zufallszahlen über eben die Inversionsmethode. Und für Qh tilde, das ist jetzt der Clou, liegt ein solches nicht vor. Und hier ein kleines MATLAB-Programmstück. Also wir wollen eine Funktion, die einen Wert ausgibt. Das nennen wir AR Method für Acceptance Rejection. Und die nimmt eben die beiden Funktionen, einmal eben h tilde und h, erzeugt dann eine gleichverteilte Zufallszahl gemäß der Verteilung, für die wir ein Verfahren für diese Erzeugung haben, also h. Und dann der Wert der Dichte h tilde an dieser Stelle mit einer weiteren auf 0 h von x, das ist eben dann der Funktionswert, gleichverteilten Zufallszahl u verglichen wird. Im Falle, dass h tilde von x größer gleich hx mal u ist, wobei u eben eine Standardzufallszahl ist, also eine gleichverteilt auf 0,1, wird eben x tilde als x akzeptiert und andernfalls wird x verworfen und die Schleife neu durchlaufen. Das ist eben die Idee, wie auf dem Bild der vorherigen Folie angedeutet, falls der Punkt oberhalb der Dichte liegt, wird er abgelehnt, falls er unterhalb der Dichte liegt, angenommen. Genau, wiederholt man diesen Vorgang, erhält man eine nach q h tilde verteilte Sequenz, x1 tilde, x2 tilde und so weiter von Zufallszahlen. Gerade das, was wir wollten. Ein Beispiel, das ich aus dem Buch Monte Carlo-Algorithmen entnommen habe, ist folgendes. Zur Simulation der Standard-Normalverteilung betrachten wir auf r definierte Quasidichten, und zwar einmal h tilde von x als die Exponentialverteilung von minus x² halbe und einmal h von x gegeben als die Exponentialverteilung vom negativen Betrag plus 1 halb. Und für diese haben wir eine Weise, Zufallszahlen zu erzeugen, nämlich gemäß der Inversionsmethode. Diese Funktion ist elementar umkehrbar, während h tilde das nicht ist, und für h tilde möchten wir jetzt Zufallszahlen erzeugen, gemäß diesem h tilde. Die Normierungskonstanten, also das Integral über den jeweiligen Definitionsbereich, ist im Fall von h tilde die Wurzel aus 2pi. Das ist ein bisschen anspruchsvoller, das zu zeigen, und bei h von x, das geht dann wieder einfach zweimal die Wurzel aus e. Also hier sehen wir, das ist eben nicht so, dass die beide sich zu 1 integrieren, wie das für Dichten gefordert ist, und deswegen sind das quasi Dichten. So, und es ist hier auch tatsächlich so, dass die Schablonenverteilung hx, für die wir Zufallszahlen erzeugen können, auch oberhalb h tilde liegt. Das zeigt eben die untere Gleichung. Und man sieht es auch im nebenstehenden Graphen. Da ist der blaue Graph, der zu h x gehört, und der rote Graph, der zu h tilde. Gut, und wir erzeugen jetzt gemäß der Inversionsmethode bezüglich h Zufallszahlen, ziehen dann wieder die vertikale Linie, also bis zum y-Wert der Zufallszahl, die wir erzeugt haben, und nehmen dann auf diesem Streckenabschnitt eine Gleichverteilung und werden all jene x, die wir dadurch erhalten, akzeptieren, die eben die Eigenschaft haben, dass sie unterhalb von h tilde sind und alle ablehnen, die oberhalb von h tilde sind. Wir haben also eine Gleichverteilung auf 0 h x, wobei dieses x eben die Zufallszahl ist, die wir gemäß h, wo wir eine Methode zur Erzeugung der Zufallszahlen haben, nämlich über die Inversionsmethode. Diese Funktion lässt sich umkehren haben. Gut, hier kurz noch die Verteilungsfunktion und die entsprechende Inverse zu dieser Funktion h. Nicht, dass ich jetzt hier lüge, das ist tatsächlich umkehrbar und das sind die Funktionen, die dabei entstehen und rechts daneben das Programmstück, mit dem wir dann Zufallszahlen gemäß h tilde haben können, also bezüglich der Standard-Normalverteilung. Da die Normalverteilung quasi überall in der Stochastik auftaucht, wegen der Eigenschaft, dass es sich aus der Überlagerung mehrerer unabhängiger Zufallsphänomene ergibt, wie zum Beispiel bei der Größe, dem Intelligenzquotienten und dergleichen mehr, sind wir hier vor allem daran interessiert, Zufallszahlen zu erzeugen und so gibt es eigene Verfahren, die sich ausschließlich mit der Erzeugung von normalverteilten Zufallszahlen auseinandersetzen. Eine Möglichkeit ist die sogenannte 12er-Regel, die sich den zentralen Grenzwertsatz zunutze macht. Wir können näherungsweise normalverteilte Zufallsvariablen erzeugen über die Überlagerung mehrerer gleichverteilte Zufallsvariablen. Es seien also x1 bis x12, daher hat eben die Regel seinen Namen, unabhängige gleichverteilte Zufallsvariablen auf 0,1. Dann ist die Summe, also x1 plus x2 bis x12, approximativ normalverteilt zu den Parametern µ gleich 6 und σ gleich 1. Man erzeugt also zunächst zwölf gleichverteilte Zufallszahlen und addiert diese und erhält somit eine normalverteilte Zufallszahl mit Erwartungswert 6 und Varianz 1. Um Normalverteilung mit anderen Parametern zu erhalten, hilft die Transformation, die hier abgebildet ist. Es handelt sich nämlich bei der Normalverteilung um eine sogenannte Lage-Skalenfamilie. Wir haben einen Lageparameter µ und einen Skalenparameter σ. Die Bedeutung der Zwölferregel liegt nun darin, dass sie mit geringem Programmieraufwand und überschaubarem Rechenaufwand passable Ergebnisse erzielen kann, aber bei vielen Pseudo-Zufallszahlengeneratoren ist die Unabhängigkeit bei zwölf Zahlen schon nicht mehr gegeben. Heute sind jedoch bessere Methoden bekannt, zum Beispiel die Polarmethode. Diese liefert wesentlich bessere normalverteilte Ergebnisse mit deutlich geringerem Rechenaufwand, wenn der Prozessor eine Gleitpunkt-ALU integriert hat. Unten abgebildet sind die sogenannten Irwin-Hall-Verteilungen, die sich aus der Faltung gleichverteilter Zufallsvariablen ergeben. Man sieht, dass die Dichte recht schnell der Normalverteilung ähnelt. Eine subtilere Methode ist die Box-Muller-Methode. Sie ist ebenfalls eine Methode zur Erzeugung normalverteilter Zufallszahlen. Es ist schwer, eine intuitive Herleitung für diese Formel anzugeben. Ich versuche es auf Grundlage eines Forenbeitrags dennoch. Nehmen wir die zweidimensionale Normalverteilung, die rechts abgebildet ist. Der rote Punkt, rechts in der Abbildung, sei der Ursprung 0,0. Wenn wir eine Höhe h fixieren und uns die Niveaumenge anschauen, dann beschreibt diese den blauen Kreis, der dort eingezeichnet ist. Sei xy nun ein Zufallsvektor, der im Ursprung startet und auf dem blauen Kreis endet. Fixiere nun diesen Vektor gedanklich im Ursprung und rotiere ihn mit dem geistigen Auge entlang diesem blauen Kreis. Der Winkel zwischen dem Vektor und der xy-Ebene ist dann immer gleich. Dann gilt, dass der Winkel phi gleich verteilt ist auf 0,2pi. Und damit ist 2pi mal phi gleich verteilt auf 0,1. Weiterhin gilt, und das brauchen wir für die Polardarstellung, dass die Länge des Vektors, also x² plus y², exponentiell verteilt ist zu Lambda gleich 1,5 und daher minus 2 mal ln von u1 verteilt. Hier haben wir also das r² darauf zurückgeführt, dass wir nur noch gleich verteilte Zufallszahlen brauchen. Wir müssen jetzt nur noch u1 realisieren und hätten eine Zufallszahl, die wir dann verwerten können. Ein Beweis für diesen Zusammenhang blende ich jetzt ein und er sollte gut verständlich sein mit basalem Wissen der Stochastik. Wir können also die standard normal verteilten x und y ausdrücken in Begriffen von gleich verteilten Zufallsvariablen. Wir erzeugen also Zufallszahlen nach u1 und u2, werten den Leurythmus, die Wurzel, den Sinus und den Cosinus aus und sind am Ziel, das heißt erhalten eine standard normal verteilte Zufallszahl. Hier nochmal eine Visualisierung der Methode und Bilder von George Box und Mervyn Muller. Eine kleine Bemerkung doch, es gibt noch eine bessere Variante, möchte ich sagen, nämlich auch von Masaglia, die Polarmethode. Diese Methode geht zurück auf den Box-Muller-Algorithmus zur Erzeugung normal verteilter Zufallsgrößen. Bei der Polarmethode werden die euklidischen Koordinaten, die bei der Box-Muller-Methode vorkommen, in Polarkoordinaten umgewandelt. Das erspart dann den Aufwand der Auswertung von trigonometrischen Funktionen. Die Vorgehensweise wird auf Wikipedia beschrieben. Man geht von zufälligen Punkten in der Ebene aus, die im Einheitskreis gleich verteilt sind und aus deren Koordinaten werden jeweils zwei standardnormal verteilte Zufallsvariablen erzeugt, wie eben hier jetzt angedeutet. Quasi-Zufallszahlen sind mit gewöhnlichen Zufallszahlen vergleichbar, weisen aber eine viel größere Regelmäßigkeit auf. Dadurch eignen sie sich gut für numerische Auswertung mehrdimensionaler Integrale, wie wir das bei der Monte-Carlo-Integration haben. Hier zum Vergleich. Auf der linken Seite haben wir gewöhnliche Pseudo-Zufallszahlen, zur rechten Seite Quasi-Zufallszahlen. Sie füllen den Raum gleichmäßiger mit Pseudo-Zufallspunkten. Das verbessert die Konvergenzrate von einigen Verfahren. Man spricht bei Monte-Carlo-Methoden, die Quasi-Zufallszahlen verwenden, von Quasi-Monte-Carlo-Methoden. Diese Quasi-Zufallszahlen werden von sogenannten Folgen mit geringer Diskrepanz erzeugt. Grob gesagt ist die Diskrepanz einer Folge gering, wenn der Anteil der Punkte einer Folge, die in eine beliebige Menge b fallen, annähernd proportional zum Maß von b ist, wie im Durchschnitt aber nicht für bestimmte Stichproben im Falle einer gleichverteilten Folge der Fall wäre. Wenn wir uns also hier die gelben Kreise ansehen, dann liegen in dem einen viel mehr Punkte als in dem anderen. Die Diskrepanz ist also im linken Fall größer als im rechten. Definiert wird die Diskrepanz wie folgt. Die Diskrepanz einer Menge, zum Beispiel von Folgengliedern, ist definiert durch das Supremum über Q, also alle Teilmengen von 0,1 hoch s, gewählt je nach Dimension, des Betrags folgender Differenz. Wir teilen zunächst die Anzahl der Punkte in Q durch alle erzeugten Punkte N und ziehen davon die Fläche oder allgemeiner gesprochen das s-dimensionale Volumen von Q ab. Die Differenz wird betragsweise größer, wenn wenige Punkte in Q liegen, daher hat die linke Folge der Pseudo-Zufallszahlen eine höhere Diskrepanz als die Folge, die die Quasi-Zufallszahlen erzeugt. Folgen mit geringer Diskrepanz, die zum Erzeugen von Quasi-Zufallszahlen verwendet werden, sind die Halton-Folge, die Sobol-Folge oder die Faden der Korbhut-Folge.